Willkommen zum vermutlich längsten Steam Deck Review auf YouTube. Das Gerät mit dem vermutlich bisher größten Potential im Gaming-Bereich, der perfekte Mittelpunkt zwischen Konsolen und PC-Gaming und der Traummaschine eines jeden PC-Gamers. Während die meisten Reviews nur die Spitze des Eisbergs zeigen, will ich heute auf jedes Detail eingehen, das das Steam Deck zu bieten hat. Vielleicht enttäuschend für ein paar, aber dennoch wichtig, ich werde nicht auf genaue Frames per Second in Spielen eingehen, denn, Spoiler, so ziemlich jedes Spiel läuft halbwegs vernünftig. Bevor wir anfangen, noch ein Tipp. Das Review ist in Kapitel unterteilt. Sollte ich zu lange auf einem Tim herumhacken, könnt ihr gerne in das nächste Kapitel springen. Also dann fangen wir an. Das Steam Deck von außen. Das Steam Deck kommt in einem robusten Case, das ist bei jeder Variation dabei. Einmal aufgemacht, präsentiert sich uns ein 7 Zoll großer IPS-Bildschirm. Dieser ist auf dem Papier genauso groß wie der von der Nintendo Switch OLED, aber das Steam Deck verwendet einen 16 zu 10 Bildschirm, die Switch ist also etwas breiter in dem Aspekt. Außerdem ist der Touch, was ganz angenehm für ein paar Spiele ist. Neben dem Bildschirm finden wir die Controller üblichen Tasten, die Sticks und, mal was ganz anderes in der Handheld-Branche, zwei Touchpads. Erst einmal der Reihe nach. Die Tasten fühlen sich relativ gut an. Ähnlich wie bei jedem Xbox oder dem Windows Switch Pro Controller. Einzig das Steuerkreuz fühlt sich meiner Meinung nach etwas zu weich an. Hier hätte ich ein klickigeres D-Pad gewünscht, damit man bei Spielen wie Hollow Knight ganz genau weiß, dass man nach unten drückt, um zu pogonen. Das Steuerkreuz ist vergleichbar mit dem des Nintendos Switch Pro Controllers, nur noch etwas weicher. Die Sticks sind vollwertige Controller-Sticks, in derselben Größe und mit demselben Widerstand wie die eines Xbox One oder Series Controllers. Nicht nur lassen sie sich ganz normal reinklicken, sie haben auch oben einen Sensor, um zu registrieren, wann man sie berührt. Oculus-Spieler kennen ein solches Feature sicherlich. Wofür das gut sein soll, erkläre ich später noch. Außerdem hat das Steam Deck zwei Touchpads, die man leicht reindrücken kann. Wenn das Steam Deck aus ist, haben die Touchpads fast keinen spürbaren Widerstand. Aber sobald Steam an ist, laufen hinter den Touchpads kleine Vibrationsmotoren, wie man sie von einem MacBook kennt. Drückt man die Touchpads dann rein, vibrieren sie leicht und geben einem die Illusion eines Klicks. Das klappt erstaunlich gut. Ich wünschte nur, dass die Vibration etwas stärker wäre. Außerdem vibriert das Touchpad, wenn man seinen Finger über die Oberfläche bewegt. Es fühlt sich damit leicht an, als hätte es eine Textur. Unter den Touchpads findet man zwei Lautsprecher. Diese sind nicht schlecht, aber auch nicht unbedingt die besten. Sie reichen mehr als aus, um seine Spiele darauf zu genießen, ohne dass einem die Ohren bluten. Hier sollte man allerdings aufpassen, dass man in den Sound-Settings der Spiele die Option für kleine Lautsprecher oder TV-Lautsprecher aktiviert, damit die jeweiligen Spiele auch darauf angepasst sind, auf so kleinen Lautsprechern abgespielt zu werden. Rotieren wir das Steam Deck um die X-Achse, finden wir die Lautstärkewippe, den Ein- und Ausschalter und dazwischen den Klinken und den USB-C-Anschluss und dazwischen den Lüftungsausgang. Wer gerne auf Kabel verzichtet, kann aber auch selbstverständlich seine Bluetooth-Kopfhörer nutzen. Das Steam Deck hat nämlich natürlich auch Bluetooth. Der USB-C-Anschluss dient nicht nur zum Laden, man kann darüber auch ein USB-Dock samt Monitor anschließen, aber das vertiefen wir später noch. Ganz am äußeren Rand finden nur noch zwei Bumper und Trigger. Die Trigger sind analog, sprich sie messen, wie weit man sie reindrückt. Damit ist das Steam Deck auch für Rennspiele geeignet. Schauen wir uns das Steam Deck einmal von hinten an, finden wir vier Extra-Tasten, die sogenannten L und R 4 und 5 Tasten. Diese lassen sich in der Steam Deck Software frei belegen und sorgen zum Beispiel dafür, dass man in einem Shooter springen und nachladen kann, ohne den rechten Daumen vom Stick zu nehmen. Ein letzter Blick von unten offenbart uns den SD-Karten-Slot. Hier ist Vorsicht geboten, eine zu langsame SD-Karte könnte nämlich tatsächlich negativ auf die Performance des Steam Deck und der Spiele auswirken. Ich habe selbst erlebt, dass Downloads häufig pausiert sind und nach einer Minute erst weiterging, weil die Daten erst auf der SD-Karte gebuffert wurden. Außerdem leckten manche Spiele beim Herumreisen, da die SD-Karte einfach nicht hinterher kam. Hier solltet ihr definitiv eine Karte nehmen, die einen U3-Vermerk hat, um eure Spiele am besten spielen zu können. Das Steam Deck von innen. Kommen wir zu den inneren Werten. Das Steam Deck kommt in drei Ausführungen. Die günstigste Version für 419 Euro kommt mit nur 64 GB eMMC-Speicher. Das ist langsamer Flash-Speicher, der oft in Handys, Tablets und sehr, sehr günstigen Notebooks Anwendung findet. Für 130 Euro mehr erhält man das Steam Deck, was ihr hier im Video seht, 256 GB Speicher auf einer NVMe SSD. Außerdem gibt es für 679 Euro noch eine Variante mit 512 GB, einem geätzten Display und einer exklusiven digitalen Tastatur. Die SSDs sind alle im M2-2230 Format, das kleinste M2-Format auf dem Markt. Und wie für einen guten PC üblich, kann man sie ersetzen und später größere SSDs einbauen. Bei allen Steam Deck gibt es das eben gezeigte Case dabei. Nice. Das sind auch die einzigen Unterschiede zwischen den Modellen. In allen Steam Deck steckt ein Ryzen-Chip mit 4 Kernen und 8 Threads, sowie 16 GB kombinierter Arbeits- und Videospeicher. Außerdem kann die Grafikeinheit Raytracing allerdings für dies von SteamOS derzeit nicht unterstützt. Sprich, man muss derzeit Windows installieren, um in den Genuss dieser Grafik optionen zu können. Das Ganze wiegt satte 669 Gramm. Nice. Und damit auch deutlich mehr als die knapp 420 Gramm einer Nintendo Switch OLED. Und das spürt man. Beim Zocken habe ich schon nach kurzer Zeit das Steam Deck auf meinem Bauch abgelegt, weil es einfach echt auf die Handgelenke ging. Bei der Power, die in dem Gerät steckt, ist das verständlich. Vor einem potentiellen Nachfolger würde ich mir aber dennoch wünschen, dass Valve sein Steam Deck einmal auf die 8 schickt. Ganz zum Schluss noch eben der Touchscreen. Dieser ist ein IPS-Bildschirm mit einer Auflösung von 1280x800. Damit hat er ein 16 zu 10 Bildformat, was heutzutage leicht ungewöhnlich ist. Die Nintendo Switch, jeder Fernseher und quasi jeder Monitor heutzutage hat ein 16 zu 9 Format, sprich sie sind an den Seiten breiter. Das lässt sich in den Optionen der jeweiligen Spieler aber anpassen, sprich wer wirklich will oder muss, kann das Steam Deck auch mit Leatherboxes betreiben. Der Bildschirm ist, wie bereits erwähnt, IPS, hat also nicht ganz perfekte Schwarzwerte. Dafür ist er mit rund 400 Nits rund 60 Nits heller als der OLED-Bildschirm der Nintendo Switch. Auf Reddit gab es übrigens Fotos von einer Entwickleroption, die wohl bald sogenanntes VRR, Variable Refresh Rate, erlauben könnte. Damit würde das Steam Deck immer von 40 bis 60 Hertz genauso viele Frames darstellen, wie das Spiel auch ausgibt. Das hilft bei Spielen, die nicht perfekt mit 60 oder 50 laufen, sondern zwischendurch mal ein kleines bisschen darunter hängen. Links zum Reddit-Thread findet ihr in der Beschreibung. Mal gucken, ob sich das bewahrheitet. SteamOS Ich würde gerne zuerst darüber reden, wie sich denn die Spieler auf diesem Gerät überhaupt spielen, aber das ist gar nicht so einfach ohne ein paar gewisse Vorkenntnisse, wie denn das Steam Deck überhaupt funktioniert. Auf dem Steam Deck läuft SteamOS. Das Ganze ist quasi Steam in Konsolenformat. Wer das Big Picture Menü von Steam am PC kennt, weiß schon ungefähr was Sache ist. Allerdings ist das hier ein bisschen mehr als das Big Picture Menü. Es ist ein ganzes Linux basierend auf Arch Linux. Das muss euch allerdings nicht besorgen. Ihr müsst mit der Linux Seite des Steam Deck nämlich gar nicht interagieren, wenn ihr nicht wollt. Außerdem kann auf das Steam Deck sogar sehr einfach Windows installiert werden. Auf Kosten der einfachen Benutzbarkeit, versteht sich. Also, auf dem Steam Deck läuft Linux. Aber irgendwie sagt Steam, dass es meine Lieblingsspiele gar nicht für Linux gibt? Wie geht das denn dann? Steam Deck kommt an der Übersetzungsschicht namens Proton, die Windows-Spiele und Programme auf Linux übersetzt. Das klappt von Holy Shit, ist es wie auf Windows bis hin zu Ohne Tutorial kriege ich hier gar nichts an. Das Ganze ändert sich auch mit jedem Update und davon gibt's viele. Seit ich mein Steam Deck vor fünf Wochen gekriegt habe, kamen bereits vier raus. Eines davon hat sogar ein Feature eingebaut, um eigene Boot- und Shutdown-Animationen einzubauen. Nice. Also, muss man sich Sorgen machen um seine Lieblingsspiele? Zu gewöhnlich nicht, nein. Eine Sache, die ich noch nicht erwähnt habe, das Steam Deck kommt mit Steam. Wie unerwartet. Und all seinen Features. Wirklich allen, soweit ich das bisher gesehen habe. Dazu später noch mehr. Außerdem ein kleiner Bonus, das Steam Deck lässt sich jederzeit in den Standby-Modus schalten und wieder aufwachen, selbst beim Zocken. Und noch ein kleiner, aber heftig nicer Bonus, den ich noch während des Schreibens des Reviews herausgefunden habe. Man kann beim Zocken einfach auf ein anderes Spiel wechseln, das spielen und später wieder zurück. Wieso hat hierüber noch niemand geredet? Das ist heftig nice. Die Games Na endlich, wir sind bei den Games angekommen. Und, uff, wo soll ich anfangen? Vorweg, auf dem Steam Deck läuft leistungstechnisch alles. Wenn man etwas experimentiert oder Windows installiert. Es gibt sogar Leute, die es geschafft haben, von dem Steam Deck drahtlos VR-Games auf die Metacrest 2 zu streamen. Aber das würde den ohnehin riesigen Rahmen sprengen. Fest steht aber, das Steam Deck ist ein richtiger Allrounder. Und zwar nicht von der typischen es kann alles, aber nur ein bisschen Sorte. Es kann alles und das meiste davon auch richtig gut. Aus jedem Genre sind Spiele lauffähig, ob typische Kontroll-Optimierte Spiele, die eher auf den gegebenen Tasten des Steam Deck laufen oder Maus- und Tastaturspiele wie Age of Empires. Wenn man will, kann man alles spielen. Und mit ein bisschen experimentieren kann man dabei sogar sehr viel Spaß haben, da die beiden Trackpads der Steam Deck sehr gut als Maus funktionieren. Wenn ein Game mal für Gamepad ausgelegt ist, aber dennoch PC-Features wie z.B. einen Text-Input erwartet, kann man auch mittels Shortcuts eine Tastatur öffnen und darüber Text eingeben, in das Spiel reinzoomen oder das Spiel zum Beenden zwingen. Valve hat hier an beinahe alles gedacht und das Steam Deck mit allen Wassern gewaschen. Valve erwartet allerdings nicht, dass jeder Käufer sich in irgendwelche Tutorials reinlesen will, um herauszufinden, wie man welche Spiele zum Laufen bringt. Daher gibt es auf Steam für das Deck Spiele in vier Kategorien. Verifiziert, spielbar, nicht getestet und nicht unterstützt. Valve ist dabei, jedes Spiel auf Steam durchzugehen und zu prüfen, ob sie auf dem Deck laufen. Dabei wird darauf geachtet, ob das Spiel direkt mit Controller spielbar ist und die Performance zufriedenstellend ist. Kann man ein Spiel mit Controller komplett durchspielen vom Starten in Steam bis zu den Credits, ist es Steam Deck Verified. Taucht vor dem Game-Start ein Launcher auf, den man mit dem Touchscreen oder den Trackpads erst bestätigen muss, kann es vorkommen, dass sie nur als spielbar gewertet werden. Man kann sie komplett auf dem Steam Deck durchspielen, aber es ist eben nicht perfekt. Manche von euch würden sich wundern, warum es für so eine Kleinigkeit wie einen Launcher direkt sozusagen einen Punktabzug gibt, aber ich denke, Valve versucht hiermit Entwickler dazu zu bewegen, ein möglichst konsolennahes Erlebnis zu bieten. Zusätzlich zu den beiden gibt es dann auch nicht unterstützt. Heißt in dem Fall, dass das Spiel für den normalen Nutzer höchstwahrscheinlich unspielbar ist. Wer ein bisschen experimentiert, wird schnell herausfinden, dass man einstellen kann, mit welcher Proton-Version das Steam Deck die Spiele zum Laufen bringt, und oftmals laufen Spiele dann doch. Die Spiele, die wirklich nicht laufen, kann ich bisher in einer Hand abzählen, aber das ändert sich auch mit jedem Update. Oft ist es einfach das Anpassen der Proton-Version, einmal musste ich einen Launcher einstellen, dass das Spiel im Fenstermodus läuft, und bei Elite Dangerous zum Beispiel lief es einfach, obwohl es als nicht unterstützt gilt. Zur Proton-Version noch eine Sache. Wenn man eine andere Proton-Version als die Standard-Version nutzt, muss das Steam Deck jeden Shader neu berechnen. Was zur sogenannten Shader-Starter führt, seht ihr hier auch passend im Video. Ist aber nicht unbedingt bei jedem Game notwendig. Teils werden die Spiele auch noch geupdatet, um auf dem Steam Deck zu laufen. Oder Spiele sind noch zu klein, um offiziell von Valve getestet worden zu sein. Das Gute ist, die meisten von euch haben bereits eine kleine Steam-Bibliothek, und ihr könnt all eure Spiele zumindest einmal runterladen und testen. Das hab ich auch gemacht in meiner kleinen 650-Spiele-Bibliothek. Natürlich hab ich nicht alle geladen, sondern nur die, die ich unbedingt testen wollte. Wir kommen auch gleich noch darauf zurück, welche Tools das Steam Deck bietet, um das meiste aus der Hardware an den Makro rauszuholen. Also, ihr habt das schon im B-Roll gesehen, aber das erste Spiel, was ich geladen hab, war Borderlands 3 mit seinen 150 Gigabyte. Und es lief einfach. Temtem auch, Megaman Legacy Collection auch, ich hab Bloodstant ein bisschen gespielt, perfekte 60fps, Devil Bombacrew 60fps, Hollow Knight 60fps, Risk of Rain 2 60fps, Battlefield 1 60fps, Marvel's Spider-Man 30fps. Alles super stabil. Wer will, kann in die Grafiken-Einstellungen der Spiele gehen und noch was rausholen. Teils laufen die Spiele standardmäßig auf mittleren oder hohen Einstellungen mit 30 und man kann sie senken, um die Games auf 60 zu pushen, oder andersrum. Aber generell gilt, so ziemlich jedes Spiel läuft. Das gilt auch für Spiele, die man extern hinzugefügt hat. Dazu später mehr, aber Overwatch 2 läuft mit perfekten 60fps auf hohen Settings. Es läuft einfach. Man muss bedenken, dass die meisten Games heutzutage erwarten, in 1080p gespielt zu werden. Und das Steam Deck eben 1280x800 hat, laufen eben viel mehr Spiele einfach so. Teilweise sogar mit hohen oder höchsten Einstellungen. Dadurch, dass das Steam Deck auch eben Gyrosupport hat und Extra-Tasten hinten hat, kann man sogar für die Spiele die Tasten so legen, dass man beispielsweise bei Spider-Man springen kann, ohne den Daumen vom Stick zu nehmen. Oder im Borderlands sliden und nachladen kann, während man sich weiter umguckt. Wer will, muss übrigens nicht das Steam Deck zur Eingabe nutzen. Maus und Tastatur funktionieren auch, aber dazu später mehr. Ich hab gerade schon über externe Games geredet. Wer Steam am PC schon einmal genutzt hat, kennt unten links den Spiel-Hinzufügen-Knopf, wo man seine Keys eingeben kann. Dort kann man auch Spiele aus anderen Launchern hinzufügen. Während ich am PC nie kapiert hab, warum man das will, ist es auf dem Steam Deck mega praktisch. Man kann jedes Windows-Programm, sei es ein Spiel, ein Installer, ein Launcher oder sonst was darüber hinzufügen und ausführen. Das Ganze ist mit ein bisschen Experimentieren verbunden, also definitiv nichts für die, die einfach zocken wollen. Aber das Ergebnis davon ist, dass man alle Launcher zum Laufen bringen kann. Es läuft einfach perfekt und sollte es mal nicht laufen, bietet einem das Steam Deck noch jede Menge. Performance Option Uff, 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 uff. Deepes Thema, aber wichtig für unser vollumfassendes Steam Deck Review. Der Steam Deck hat zwei Tasten, die man im Spiel drücken kann, um ein Menü hervorzurufen. Den Steam-Knopf links und… äh, drei Punkte. Äh, wow. Was dahinter steckt ist aber unglaublich spannend, wenn man experimentieren mag. Wer von der PC Seite kommt, wird ein oder zwei Punkte vielleicht schon kennen aus verschiedenen Vertaktungstools wie MSI Afterburner. Wer allerdings von der Konsolenseite kommt, wird vermutlich nicht super viel mit den Namen anfangen können. Rattern wir einmal alles herunter, angefangen mit den Grundgedanken. Das Steam Deck ist ein PC. PCs haben normalerweise keinen Akku. Und wenn doch, ist der Akku meistens ungefähr so groß wie das Steam Deck selbst. Spiele, die auf dem Steam Deck laufen, wollen gerne alles nutzen, was das Steam Deck hergibt. Daher ist bei den meisten Spielen auch die Akkulaufzeit ungefähr bei ein bis zwei Stunden. Klingt furchtbar, ist es aber nicht. Denn das Steam Deck bietet den Tüftlern unter uns alle Informationen, die wir brauchen, um die Akkulaufzeit mindestens zu verdoppeln. Fangen wir oben an, sehen wir eine Option, um ein Leistungs-Overlay darzustellen. Das reicht von der Anzeige der aktuellen FPS bis hin zur Grafikchip und Prozessorauslastung, bis hin zur Auslastung des Grafik- und Systemspeichers sowie jedes einzelnen Prozessorkerns. Das ist zugegebenermaßen sehr viel Info, womit die allermeisten vermutlich nicht viel anfangen können, aber es verrät uns genau, was wir mit den nächsten Optionen machen müssen. Zunächst versteckt hinter einem Button findet sich die erweiterte Ansicht, wo wir zunächst einmal die Frames pro Sekunde limitieren können. Viele Spiele brauchen einfach keine 60 FPS, um sich vernünftig zu spielen und wenn wir hier bereits einmal die Framerate auf 30 begrenzen, können wir schon deutlich mehr Akkulaufzeit aus dem Steam Deck herausholen. Das Steam Deck hat einen 60Hz Bildschirm und erlaubt daher auch die Framerate auf 60, 30 oder 15 FPS zu begrenzen, der vollen, halben oder viertel Framerate. Viele kennen die Wahl zwischen 60 und 30 aus der Konsolenwelt, aber das Steam Deck hört hier nicht einfach auf. Der Bildschirm lässt sich frei von 60 bis auf 40 Hertz runterregeln, sprich wenn das Spiel mal nicht mit 60 läuft, kann man es vielleicht auf 50 FPS Stabilität laufen bringen oder 40 oder 45. Das klingt für viele von euch vielleicht irgendwie dumm, aber es ist enorm, wirklich enorm geil, dass man das Steam Deck so derartig an die Gegebenheiten eines jeweiligen Games anpassen kann. Ich hab's vorher nicht erwähnt, aber ich habe Borderlands 3 mit 40 FPS größtenteils gespielt. Es klingt nicht so, aber 40 fühlt sich deutlich deutlich flüssiger an als 30. Mehr als man sich beim Zuhören vorstellen kann. Wer sich tiefer anschauen will, warum das so ist, dem empfehle ich ein passendes Video von Digital Foundry, die sich einen 40 FPS Modus bei Ratchet & Clank angeschaut haben. Kurz am Rande, das Thema begeistert mich sehr, sorry falls das für euch zu deep ist. Nutzt daher gerne die Kapitel, um direkt zum nächsten Thema zu springen. Zurück zur Liste. Das Steam Deck gibt einem noch die Option, sogenannte Variable Rate Shading bei Games zu forcieren. Das ist heftig genial und klappt fast nie gut. Ich habe auch keinerlei Performance Unterschiede je feststellen können. Nur wird oft das HUD von Games verpixelt. Einfach auslassen. Spannend sind die beiden Punkte darunter. TDP einschränken und manuelle GPU-Taxsteuerung. TDP heißt Thermal Design Power, wird aber meist mit den Stromverbrauchern der CPU assoziiert. Hier ist es wichtig, das Leistungsoverlay von vorhin auf zu haben. Hier kann man nämlich sehen, wie sehr die CPU ausgelastet ist. Hat man beispielsweise 60 FPS und dennoch eine sehr geringe CPU-Auslastung, kann man diese TDP verringern und erhöht damit super easy die Akkulaufzeit. Das gleiche gilt für die Grafikeinheit. Standardmäßig ist der Takt variabel, das Steam Deck passt ihn selbst an und ein bisschen Akku zu sparen, aber dennoch genug Leistung zu bringen. Im Overlay können wir den Takt auslesen und falls die Grafikeinheit eh nicht ausgelastet wird, können wir ihn auch einfach manuell von 1600 MHz bis runter zu 300 MHz anpassen. Wer will, kann damit Strom sparen oder umgekehrt ein paar Lags in Spielen ausgleichen. Kleiner Deep Dive, die Grafikeinheit ist auf demselben Chip wie der Prozessor. Beide teilen sich die Stromzufuhr. Wenn beides ausgelastet ist, zieht einer von den beiden den kürzeren oder sogar beide. Daher kann es in Szenarios, wo der Prozessor limitiert, oft helfen die Megaheads der Grafikeinheit zu limitieren. Ihr merkt euch Szenarios, wenn ihr zwischendurch kleine Mikrohänger habt, die ihr nicht erklären könnt. Wäre natürlich schön, wenn es hier vorbei wäre, aber es gibt noch einen letzten Punkt. Skalierungsfilter. Klingt wie eine Option, die man auf den Ports von Retro Games findet, aber hier ist es tatsächlich mega praktisch. Der Steam Deck bietet hier nämlich vier Filter. Linear, Nearest, Integer und FSR, sprich AMDs FidelityFX Super Resolution in der Version 1.0. Bei Linear verhält es sich ähnlich wie bei einem Foto, in das man am Handy reinzoomt. Es wird einfach ein bisschen unschärfer, genauso ist es hier auch mit der Auflösung. Nearest macht das gleiche, nur wird das Bild nicht unscharf, sondern verpixelt. Integer sorgt dafür, dass es einfach gar keine Skalierung gibt und das Bild einfach kleiner wird. Und dann gibt es noch FSR, FidelityFX Super Resolution. Klingt geiler als es ist, aber auf dem Steam Deck hilft es tatsächlich. FSR agiert ähnlich wie der lineare Filter, nur dass hier die Kanten des Bildes gefunden und glatt gezogen werden. So sind Spiele, die eine sehr cleane Grafik haben, bestens für FSR geeignet, weil man dann einfach die Auflösung senken kann und FSR schraubt sie wieder hoch. Kein Wunderwerk, aber echt ganz nett, besonders auf einem vergleichsweise kleinen Bildschirm. Für die Konsolenspieler, die es womöglich nicht wissen, da sie nie davon betroffen waren, am PC kann man die Auflösung von Games frei bestimmen. Da gibt es keinen Quality-Mode oder Performance-Mode, wo es dann in 4K 30 oder 1440p60 läuft. Man selbst bestimmt die Auflösung und schaut, was die Performance dann hergibt. Und das kann man bei jedem Spiel machen. Muss man nicht, denn quasi jedes Spiel hat bereits Vorlagen dafür, aber man kann es. Schauen wir uns Spyro Reignited Trilogy an. Das Spiel läuft derzeit auf mittleren Einstellungen mit der nativen Auflösung mit rund 60fps. Kann man so stehen lassen, wenn man mag, aber die Akkulauf zweifelt gerade auf ungefähr 2 Stunden geschätzt von Overlay. Ich möchte aber die Framerate nicht verringern, aus demonstrativen Gründen. Gehen wir also einmal in die Auflösungsoptionen des Spiels. Je nach Spiel ist die Anzahl der Optionen vollkommen unterschiedlich. Teilweise geht nur 720p und 800p, teilweise gibt es ein Dutzend Optionen. Spyro ist ein solches Spiel mit einem Dutzend Optionen. Fangen wir an, die Auflösung auf 1024x576 zu verringern. Komische Zahl führt aber dazu, dass wir 2,5 Stunden haben. Ein guter Moment, um die Auflösungskalierung einmal zu vergleichen. Wir merken schnell, dass linear relativ weich aussieht, Nearest ein relativ verpixeltes Spiel ausgibt, Integer einfach das Spiel verkleinert und FSR tatsächlich eigentlich wie vorher aussieht. Klar, Spyro ist grafisch optimal für FSR, aber dennoch. Die meisten von euch haben vermutlich eh zum nächsten Kapitel geskippt, also nehmen wir uns einfach die Zeit und senken die Auflösung noch weiter. 960x540, rein zufällig die Auflösung der Playstation Vita, rund 3 Stunden Alkoholaufzeit bei gleicher Grafik. FSR wirkt wunder. Noch tiefer? Nehmen wir einfach ein Viertel der Auflösung, 640x400. Jeder Pixel muss viermal wiederholt werden. Langsam merkt man, dass es auch mit FSR nicht mehr wirklich scharf ist, aber sieht es wirklich aus wie ein Viertel der Auflösung? Eigentlich nicht, eigentlich sieht es sogar noch ziemlich gut aus. Auf der Switch würden wir dem Spiel sehr leicht verzeihen, wenn es so aussehen würde, also warum nicht hier? Die 60 FPS werden dadurch übrigens auch nicht geschmälert. Bei mir hat sich die Akkulaufzeit nicht über die 3 Stunden erhöht. Und experimentierfreudig wie ich bin, setzen wir uns nun an die TDP und Megahertz Optionen. Das Overlay verrät eine GPU-Auslastung von rund 60% bei 1000 MHz. Senken wir also zunächst einmal die Megahertz auf 800 und schauen, was passiert. Die Batterielaufzeit steigt. Nun die TDP. Wir sehen, dass alle CPU-Kerne bei 2000 MHz rund 30 bis 40% Auslastung haben. Wie sich das mit der TDP verrechnet, weiß ich nicht genau, aber versuchen wir einfach mal, sie auf 5 Watt zu senken. Hui, die CPU-Geschwindigkeit fängt sofort an zu droppen und die Auslastung springt herum und der Framework ist nicht mehr perfekt bei 60. Ok, ok, 7 Watt? Alles grün. 6 Watt? Alles grün. Wir sind jetzt auf dem Stromverbrauch der Nintendo Switch. Nur zur Info. Was bei der Switch nur eben von den Entwicklern erledigt wird und mal mehr oder weniger erfolgreich funktioniert, können wir hier selbst übernehmen. Wer möchte, kann zusätzlich zur Auflösung natürlich auch noch die Framerate senken. Natürlich nicht direkt auf 30. Wir können ja auch 40 nehmen oder 45 oder 50. Ok, ok, ihr habt's verstanden. Aber bevor das nächste Kapitel beginnt, wollte ich noch eine kleine Sache ergänzen. Der Arbeitssprecher. Er hat mit dem Steam Deck 16 GB kombinierten Rahmen und V-Rahmen. Die Verteilung ist dabei komplett dynamisch. Was nicht von Texturen belegt wird, ist frei für Systemspeicher. Wenn ihr also vor der Entscheidung steht, die Texturqualität zu erhöhen, müsst ihr im Overlay die Rahmen- und V-Rahmenwerte addieren und schauen, ob ihr bereits auf 16 kommt. Ziemlich cool, wenn ihr mich fragt. So, all das ist aber eigentlich nicht Teil eines Reviews. Sorry dafür, es bockt nur echt sich in sowas zu vertiefen. Und das Steam Deck erlaubt es. Und ich liebe es dafür. Auf zum nächsten Thema. Streaming. Ähm, was? Streaming mit dem Steam Deck? Hiermit meine ich nicht das Twitch- oder YouTube-Streaming, sondern sogenanntes In-Home-Streaming. Wie bereits gesagt läuft auf dem Steam Deck wortwörtlich Steam. Es ist also auch möglich, seine Games von seinem PC auf das Steam Deck zu streamen. Das ist dafür praktisch, wenn man unkompliziert Steam-fremde Spiele spielen will, oder Games mit höherer Framerate oder Grafikeinstellung spielen will, als die Hardware es hergibt. Ist ein Game auf dem heimischen PC installiert, bietet das Steam Deck und übrigens auch jede andere PC, wo man eingeloggt ist, an, das Spiel zu streamen. Das geht auch übers Internet, wenn ihr mal nicht zu Hause seid, hängt aber dann natürlich von eurer Verbindung ab. Das Ganze geht nicht nur auf das Steam Deck, sondern interessanterweise auch andersrum. Ist das Steam Deck an, bietet mein Laptop mir an, Games von dem Steam Deck auf mein Laptop zu streamen. Ich kann mir vorstellen, dass es praktisch ist, um bspw. Lego Games zusammen zu Hause zu spielen, ohne sich vor ein Gerät quetschen zu müssen. Und damit kommen wir auch zum nächsten coolen Feature. Steam, und damit das Steam Deck, erlauben sogenanntes Remote Play Together. Dabei wird ein Spiel von eurem PC an jemanden aus eurer Freundesliste gestreamt, um gemeinsames Spielen von Splitscreen und Koop Games wie Castle Crashers, Portal 2 oder den Lego Games zu ermöglichen. Und das Ganze klappt auch mit dem Steam Deck. In beide Richtungen. Hier sieht man bspw. wie ich mit einer Freundin zum Testen Portal 2 spiele. Das Spiel läuft aber nicht auf meinem Steam Deck, sondern auf dem von der Freundin. Hallo Lena! Klingt echt nicht umwerfend, wenn man es vom PC schon kennt, aber das Steam Deck ist eben ein eigener Handheld und das macht es einfach nochmal genialer. Die Spiele muss übrigens nur derjenige besitzen, auf dessen Gerät das Spiel läuft. Man kann also jeden einladen zum Spielen. Einziges Manko, der Entwickler eines jeweiligen Spiels muss hierfür einen Haken im Profil des Spiels setzen, um das Ganze zu erlauben. In Steam erkennt man diesen Haken unter dem Namen Remote Play Together. Und teilweise kommt es vor, dass ein Spiel Koop ist, aber der Haken nicht gesetzt ist vom Entwickler. Sprich, das Feature funktioniert dann nicht. Schade, aber nur ein kleiner Kratzer im ansonsten brillanten Bild. Steam Input Bevor ich anfange zu reden, dieses Kapitel wird ziemlich deep. Falls es euch zu deep wird, nutzt die Kapitelfunktion nur als Reminder. Für alle anderen, let's fucking go. Steam Input, so nennt Valve die eigene Programmierung, um Eingaben von einem Controller an ein Spiel zu übermitteln. Wer bereits in vorigen Kapiteln dachte, dass Valve uns viel Spielraum gibt, hat noch gar nichts gesehen. Das Steam Deck hat mehr Tasten und Funktionen als ein normaler Controller. Angefangen von der Gyro-Funktion zum präzisen Zielen bis hin zu den vier Extra-Tasten hinten und nicht zu vergessen die beiden Trackpads. Spiele wissen gar nicht, was die ganzen Sachen sind, weil so ziemlich alle Spiele für den Xbox-Controller gemacht worden sind am PC. Leute, die den Steam Controller von damals kannten oder noch haben, kennen all das schon, was jetzt kommt. Für alle anderen könnte es aber echt viel und teilweise zu viel werden. Ihr seid gewarnt. Fangen wir auf dem einfachsten Level an. Steam Input erlaubt es, den physischen Controller vom Steam Deck so interpretieren zu lassen, dass das Spiel denkt, dass ein oder mehrere andere Geräte angeschlossen sind. Das kann heißen, dass man rechter Stick wie die Maus funktioniert und man linker wie die Tasten WASD, was für manche ältere Spiele ohne Controller-Support notwendig ist. Das klingt alles erst einmal wie eine einfache Remapping-Funktion, geht aber so unglaublich viel tiefer. Für alle, die sich in sowas nicht reinlesen wollen, bietet Steam bereits Controller-Profile an, die entweder der Entwickler oder die Community gemacht haben. Für alle Steam Deck Verified und Steam Deck Spielball-Spiele ist das bereits so. Wer mit einem Profil nicht zufrieden ist, kann zwischen anderen wechseln. Steam zeigt dir an, wie lange insgesamt bereits mit einem Community-Profil gespielt wurde, um bei der Suche zu helfen. Gute Profile wurden hoffentlich lang gespielt, mag man sich denken. Das Wechseln geht auch relativ schnell, was es einem erlaubt, ein paar Profile zu vergleichen. Nachteil von all dem ist nur, dass es das Spiel teilweise zum Beispiel Spacebar anzeigt, die auf den Stink-Controller aber A drücken müssen. Etwas unsauber, aber das ist der Preis vollständiger Abwärtskompatibilität. Sollte all das auch nicht reichen, kann man selbst ran und hier bietet das Steam Deck schier grenzenlose Möglichkeiten. Jede Taste des Steam Decks lässt sich mit einer Taste von einer normalen Tastatur oder Maus oder einem Xbox-Controller belegen. Die A-Taste am Steam Deck kann im Spiel die B-Taste eines Xbox-Controller auslösen oder die linke Maustaste oder die Leertaste oder die Screenshots-Funktion von Steam oder sogar das Steam Deck ausschalten. Jede Taste lässt sich so anpassen. Wir müssen auch die Rückbuttons so belegen, sonst machen die nämlich gar nichts. Standardmäßig legt Steam die A-B-X-Y-Tasten auf die Rücktasten, wenn man den Optionen anmacht, aber das macht nicht unbedingt Sinn, das so zu lassen. Beispielsweise kann man in Borderlands mit einem Klick auf M auf der Tastatur sofort die Karte öffnen, mit I sofort das Inventar. Auf dem Controller ist alles auf der linken Menü-Taste und man muss durch das Menü navigieren, warum also nicht direkt in das Menü gehen, in das man will. Das ist alles noch simpel, aber wer genau hinguckt, sieht für jede einzelne Taste noch einen Optionsknopf. Jede Taste lässt sich doppelt belegen. Jede Taste kann intern einen normalen oder doppelten Tastendruck auslösen, man kann sogar sagen, dass beim Drücken von X intern eine andere Taste für genau 200 Millisekunden gedrückt gehalten wird. Klingt für die meisten irgendwie unnötig, aber man kann sich damit wortwörtlich Makros erstellen, sprich Aktionsketten, die sich automatisch ausführen. Und hier fängt es schon ganz langsam an deeper zu werden, aber das ist noch gar nichts. Gucken wir in die weiteren Einstellungen gibt es die vom Billig-Controller bekannte Turbo-Funktion, sprich dass die Taste intern ganz oft gedrückt wird, während wir sie nur gedrückt halten. Außerdem können wir einstellen, dass die Taste als Schalter funktioniert. Drücken wir einmal die Menü-Taste auf dem Steam Deck, wird intern so lange Tab gedrückt gehalten, bis wir noch einmal die Menü-Taste drücken. Das ist beispielsweise praktisch, wenn man sich Scoreboards in Multiplayer-Spielen angucken will, ohne die Hände zu verkampfen. Wenn wir einmal zu den anderen Tasten springen, um genau zu sein zu den Triggern, sehen wir, dass man auch bei denen extra Funktionen hat. Steam erlaubt es für die Trigger zwei Tasten festzulegen. Beispielsweise kann man auf L2 Trigger Druck C legen und auf L2 Trigger Klick dann Steuerung, um ein Battlefield zu crouchen und sich anschließend hinzulegen, wo man den Trigger leicht oder ganz rein drückt. Oder man kann auf den rechten Trigger festlegen, dass ein Druck die rechte und ein Durchdrücken die linke Maustaste drückt. So kann man mit einer einzigen Taste zielen und schießen, ähnlich wie im Breath of the Wild. Wer will, kann auch hier einen Turbo-Modus anmachen und die Reaktionskurve bearbeiten, sprich wie viel Prozent des Reihendrückens digital gemessen werden. Kann praktisch sein, wenn man sehr feinfühlige Ende hat oder eben nicht. Die Sticks haben beide Sensoren in der glatten Oberfläche, um festzustellen, ob sie berührt werden. Das ist für das Steam Deck sicherlich praktisch, aber für uns auch. Wir können einstellen, dass das pure Berührung bereits eine Aktion auslöst. Das ist praktisch, wenn wir die Gyro-Funktion zum Zielen nutzen. So kann Gyro deaktiviert werden, wenn wir die Sticks nicht berühren, um beispielsweise eine angenehme Position in unserer Hand zu finden, wenn wir mal zu krass gezielt haben. Vermutlich nicht nötig, aber dennoch praktisch, die Dead Zone lässt sich hier auch direkt einstellen. Jetzt wird's allerdings deep. Das Steam Deck erlaubt es, das Verhalten der Sticks einzustellen. So kann ein Stick beispielsweise als Maus oder Steuerkreuz dienen. Oder für die coolen unter euch auch als Flickstick. Mit ein bisschen Experimentieren kann so jedes Spiel Flickstick fähig gemacht werden. Oder man erstellt ein Radial- oder Touchmenü. Ja, Steam Deck erlaubt es, die Sticks und Touchpads mit zig weiteren Tasten zu belegen. So kann man in einem MMO beispielsweise das Housing, den Shop und quasi jedes andere Untermenü direkt in dieses Radialmenü legen, um so trotz der Limitierung eines Controllers noch alle Tasten einer Tastatur nutzen zu können. Genau das geht übrigens auch mit den Touchpads und mir persönlich raucht der Kopf allein bei der Vorstellung, wie viel sich damit machen lässt. Wer will, kann so ziemlich jedes Spiel auf den Steam Deck spielen, ganz gleich welche Steuerung die Macher des Spiels im Kopf hatten. Und all das lässt sich auch noch an Konditionen binden. So ist es beispielsweise möglich, mittels einer Taste ein neues sogenanntes Aktions-Set festzulegen, was es erlaubt, jede Taste doppelt und dreifach zu belegen. So ist es möglich, beispielsweise die Steuerung von Zelda Breath of the Wild zu rekonstruieren, wo die D-Pad-Tasten jeweils ein Menü geöffnet haben zur Auswahl der Waffen. Und für all das bietet Steam sogar noch Icons an, dass man die Auswahl in den Menüs visuell besser darstellen kann, samt Farbe und Benennung der Icons. Es ist wortwörtlich mindblowing, was Valve hier gebaut hat. Und es ist noch unglaublicher, dass niemand darüber spricht. Und nicht nur das, das geht auch mit allen anderen Controllern. Steam hat offiziellen Support für Playstation 3, 4 und 5 Controller, den Switch Pro Controller, die Joy-Cons, den SNES und NES und N64 Controller, den Steam Controller sowie jeden Xbox Controller. All diese Controller haben all diese Möglichkeiten. Und da wir wissen, dass man jede Taste doppelt und dreifach belegen kann, bin ich mir sicher, dass man Spiele wie Assassin's Creed locker auch auf einem SNES-Controller zum Laufen bringen könnte. Einfach nur genial. Das einzige wirklich kleine, was diesen wahnsinnigen Eindruck mindert, ist, dass es einen Bug in SteamOS gibt, der dafür sorgt, dass man beim Drucken der Home-Taste immer wieder beim Controller-Menü landet und immer wieder B drücken muss, bis man im normalen Menü ist, um das Game zu beenden. Wer von euch fragt, ob man das wirklich nutzt am Ende? Ja gut, vielleicht nutzt das wirklich nicht jeder, aber die Möglichkeit ist da. Ich habe selbst genutzt, um beispielsweise mittels Radialmenü meine vier Waffen in Borderlands direkt auswählen zu können, oder eben um direkt ins Inventar zu springen. Es ist wirklich einfach nur genial. Und das war noch nicht alles. Das Steam Deck Dock Zu dem Zeitpunkt, an dem das Review geschrieben wurde, ist das Steam Deck Dock gerade erst rausgekommen, und ich habe es tatsächlich noch nicht. Das hält mich aber nicht ab, meine Erfahrungen zu schildern. Warum? Na, weil das Steam Deck per USB-C mit jedem Monitor bereits jetzt verbunden werden kann. Wer von der Arbeit eine Dockingstation besitzt, kann die einfach an sein Steam Deck schleudern und Spiele auf dem Monitor oder Fernseher genießen. Man merkt ja auch schnell, warum das Dock nicht gleichzeitig mit dem Steam Deck rauskam. Erst mit den letzten Updates hat Valve das Steam Deck fürs Docking optimiert. Wer sein Deck an einen Monitor anschließt, kann dort bis zu 4K60 oder 1440p 120 erreichen. Und nicht nur das, das ganze Steam OS passt sich an die Bildschirmgröße an. Was auf dem 7-Zoll-Bildschirm vom Steam Deck ganz nah beieinander liegt, ist in großer Form weit auseinander und erlaubt auch von der Couch noch eine natürliche Erfahrung. Und nicht nur das. Ich habe es vorhin schon angesprochen. Playstation, Xbox und Switch-Controller funktionieren alle mit dem Steam Deck. Funktionieren ist hier sogar noch etwas zu tief gegriffen. Das Steam Deck zeigt je nach Controller die richtigen Inputs an. So wird der Menüpunkt unten links mit dem jeweiligen Controller-Button ausgetauscht, wenn ihr einen entsprechenden Controller verwendet. Und im Falle von Playstation-Controllern werden die A- und B-Knöpfe in Steam durch X-Umkreis ausgetauscht. Es gibt sogar eine Option, um A und B zu vertauschen, damit Nintendo-Controller sich sofort heimisch fühlen. Und nicht nur das, wer seinen Dual-Sense verbindet, kann in den Controller-Einstellungen Steam Input ausmachen und hat in Spielen, die es unterstützen, sogar die Adaptive-Trigger-Funktion von der Playstation 5. Einfach genial. Das einzige, was ich persönlich an der Docking-Erfahrung vermisse, ist Surround-Sound und HDR. Außerdem mangelt es dem Steam Deck bei neueren Spielen manchmal in der Leistung, um die volle Auflösung zu erreichen. Es wird allerdings wohl nur die kümmern, die sowieso auch eine High-End-Konsole oder einen vernünftigen PC finanzieren können. Abgesehen davon bietet das Steam Deck auch Dockt eine exzellente Controller-Erfahrung. Und wer Controller nicht mag, kann sogar mit Maus und Tastatur spielen. Passend dazu. Der Desktop. Wer am Steam Deck unten in den Ein-Aus-Bereich navigiert oder den Power-Button gedrückt hält, wird schnell einen Menüpunkt namens Desktop finden. Sehr kurios, ein Desktop an einer Konsole? Klingt ja wie ein PC. Ein Klick und wenige Sekunden später sehen wir einen komischen Desktop. Einerseits vertraut, andererseits fremd. Denn es ist Linux. Um genau zu sein Arch Linux. Halt, Stopp! Nicht weglaufen! Ich war selbst anfangs nicht überzeugt. Ich hab mein Leben lang Windows-Geräte bedient, kenne die genauen Dateistrukturen von Windows, weiß, dass Konfigurationsdateien unter App-Data und Dokumente liegen, weiß, wo ich meine Festplatte bereinigen kann und so weiter und so weiter. Aber für all das gibt es Guides. Mit diesen Guides kann man quasi alles zum Laufen bringen. So hab ich beispielsweise Battle.net zum Laufen gebracht und externe Software wie Lutris installiert, die Windows-Games teilweise besser, teilweise schlechter zum Laufen bringt als Steam's Proton. Und nicht nur das, wenn man im Desktop-Modus unterwegs ist, funktioniert alles wie an einem PC. Man kann mehrere Monitore nutzen, es funktionieren Ultrawide-Monitore, man kann browsen und beispielsweise Cloud-Games starten und in meinen Notizen steht hier, alles ist möglich, wenn du dich traust. Genauso ist es mit dem Desktop. Es ist, und ich weiß, ich wiederhole mich hier, ein PC. Man kann auch so ziemlich jede Windows-Anwendung hierüber zu Steam hinzufügen und in Steam ausführen. Das gilt nicht nur für Spiele, sondern auch Programme oder Installer. Beispielsweise hab ich so GOG Galaxy in Steam installiert. Klingt komisch, wenn ihr aber selbst damit herumtüftelt, ergibt alles einen Sinn. Abgesehen davon funktioniert Steam hier wie auf einem normalen PC. Man kann ganz normal, wie man es von einem PC kennt, zocken. Doch was, wenn man Spiele spielen will, die es gar nicht auf PC gibt? Emulation Für den Fall gibt es eine praktische Software namens AmuDeck. Fertig eingerichtet fügt sie sogenannte ROMs mit samt passender Artworks zu Steam hinzu und bindet sie so ein, dass sie auf dem ersten und auf dem zweiten Blick aussehen, als seien sie normale Steam-Games. Starten wir dann im Steam The Legend of Zelda Wind Waker HD. So startet sich im Hintergrund der Emulator Semu und führt automatisch Wind Waker HD aus. Alles automatisch, alles reibungslos. Es wirkt, als würde man einfach Zelda starten. Dieses Review ist aber nicht für AmuDeck, sondern für das Steam Deck. Reden wir also über Performance. Und uff, das Steam Deck performt. Ich hab mich hier nur auf Spiele beschränkt, die ich selbst herumliegen hatte, deswegen bitte nicht meckern, dass ich nicht über PS3 oder Xbox Spiele spreche. Also, fangen wir an. Zuallererst hab ich Wind Waker für Gamecube installiert. Das läuft intern mit Dolphin-Emulator und… es läuft perfekt. Sogar so gut, dass man ruhig den internen Auflösungsskalierer auf 3- oder 4-fach stellen kann und es immer noch flüssig bleibt. 3DS-Games mit Citra laufen ebenso gut. Ocarina of Time 3D in dreifacher Auflösung läuft perfekt und wer mag, kann extra Tasten im Steam-Menü überlegen, um zwischen dem Bildschirm das 3DS herumzuswitchen. Sehr zu empfehlen, da 3DS-Spiele extrem gut aussehen in hoher Auflösung. Passend dazu auch Pokémon Omega Rubin. Läuft ebenso flüssig, sieht ebenso gut aus. Wii U-Games sehen auch sehr gut aus. Wind Waker HD läuft perfekt in 1080 430. Das stört sich einem die Frage, was wenn man die Spiele über eine Dockingstation ausgibt und einen Nintendo Switch Pro Controller anschließt. Das Ergebnis ist, dass ich aufgehört hab, Nintendo um einen Wind Waker Port für Switch anzubetteln. Denn das Steam Deck liefert das bereits jetzt. Es läuft einfach perfekt. Das einzige, was derzeit fehlt, ist die Möglichkeit, die Gyro-Steuerung an das Spiel weiterzureichen. Aber das soll auch schon möglich sein, mit ein paar Tools. DS-Spiele laufen übrigens auch, aber die haben zum Glück relativ geringe Anforderungen. Gleiches gilt für Game Boy Advance-Spiele. Fazit Uff, wie wollen wir das Ganze einmal zusammenfassen. Das Steam Deck erlaubt es, die komplette Geschichte des PC-Gaming im Rucksack dabei zu haben. Die meisten Spiele laufen out of the box und die, die nicht laufen, laufen oftmals mit ein oder zwei Klicks trotzdem. Es ist ein bisschen chonkier als eine Switch, sollte aber nicht als Konkurrent angesehen werden, weil die Switch noch einmal ihre eigenen Vorteile hat. Derzeit vermisse ich am Steam Deck nur einen qualitativeren Bildschirm und vielleicht ein dünneres Design. Aber für wen ist das Ding nun? Ich denke, das Steam Deck ist nichts für reine PC-Gamer und auch nichts für reine Konsolenspieler. Stattdessen ist es genau in der Mitte. Es ist für Konsolengamer, die einen Schritt Richtung PC-Gaming machen wollen und ebenso für PC-Gamer, die einen Schritt Richtung Konsole machen wollen. Das Steam Deck funktioniert in der Hand genauso gut wie am TV, wenn auch die Leistung, die immer für die volle Auflösung am TV ausreicht. Aber an sich gibt es genug Leistung für alles, was man auf das Steam Deck werfen will. Und da das Steam Deck eine feste Plattform ist, wette ich auch, dass immer mehr und mehr Entwickler ihre Grafik in Spielen so anpassen, dass es mindestens auf dem Steam Deck läuft und davon profitieren nicht nur Steam Deck Spieler. Trotz alledem empfehle ich das Steam Deck an experimentierfreundliche und frustresistente Spieler, die gerne herausfinden und genau wie ich ein breites Lächeln haben, wenn ein neues Feature eingebaut wird oder ein Experiment in den Einstellungen aufgeht. Zu guter Letzt noch einmal der Preis und die Verfügbarkeit. Während das Review geschrieben wurde, ist das Steam Deck offiziell ohne Reservierung erschienen. Heißt, wer vorher vier bis fünf Monate nach der Reservierung warten musste, bis er es hat, muss heute nur noch ein bis zwei Wochen warten. Das Steam Deck gibt es in drei Ausstattungen für 419, 549 und 679 Euro. Ich bin ein riesen Fan und hoffe, dass ihr viel Spaß mit dem Gerät haben werdet, solltet ihr es holen. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, schreibt sie entweder in die Kommentare oder kommt auf unseren Discord, Link ist in der Beschreibung. Vielen Dank nochmal an alle, die unser längstes Scripted Video komplett durchgeschaut haben und danke an Matthias für seine Hilfe beim Drehen des Videos. Bis dann!